Wo kann man dein Buch dann kaufen? Diese Frage wurde mir mehrfach gestellt und heute werde ich sie beantworten. Das Buch wird ab dem 4.11. auf Amazon verfügbar sein. Da es aber auch Menschen gibt, die kein Amazon-Konto haben oder nicht auf Amazon bestellen wollen, ist es auch möglich, das Buch direkt bei mir persönlich zu kaufen. Das E-Book wird aber leider nur auf Amazon verfügbar sein. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, folgt mir doch auf meinen Social-Media-Kanälen.